Audio Post. Geklickt. Gehört. In vielen Firmen heisst es mittlerweile nicht ohne meinen Teams. Gemeint ist das Kommunikationstool Teams von Microsoft. Bedeutet auch, wo viele Daten sind, da sind auch Angreifer nicht weit. Vor allem, wenn Marktführer solche Tools anbieten, ist die Gefahr besonders hoch. Gerade beim Marktführen wissen die Hacker, dass das auch viele Leute einsetzen und dementsprechend sind solche Tools natürlich sehr attraktiv. Sagt Andreas Wiesler. Er ist IT-Experte, Inhaber der Firma GoSecurity und berät Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Daher weiss er auch, dass Cyberkriminellen bereits weniger harmlose Klicks von uns ausreichen, um sich auf Laptop, Smartphone oder Firmen-PC einzuhacken. Wenn ich in der Suchmaschine den ersten Link anklicke, kann es sein, dass ich auch auf einer verseuchten Seite lande und mir dann den Schädling selber herunterlade. Darum ist es extrem wichtig, dass ich immer auch von der Originalquelle das Ganze hole. Deshalb befürwortet der IT-Experte, dass Firmen, die Teams nutzen, regelmässige Sicherheitsmassnahmen für die Mitarbeitenden anbieten. Eine Schulung sollte bei jedem Tool erfolgen. Wie arbeite ich richtig damit? Und gerade bei Teams, wo ich ganz fremde Leute einladen kann, ist es wichtig, auch immer zu schauen, wen lade ich denn da ein? Ist die E-Mail-Adresse richtig geschrieben? Nicht, dass ich dann plötzlich fremde Leute in einem Meeting drin habe und die so an Informationen kommen, die sie eigentlich gar nichts angeht. Manche Kommunikationstools sollte man besser nur intern verwenden. Für Teams gilt das aber nicht unbedingt, findet Andreas Wiesler. Teams ist bei vielen Unternehmen sogar ein Ersatz für das klassische Telefon. Und da ist es ja gerade wichtig, dass ich mit der ganzen Welt kommunizieren kann. Für den Worst Case hat unser Fachmann Andreas Wiesler aber noch einen Soforthilfe-Tipp. Wenn doch ein Angriff passiert, heisst es… Zuerst Ruhe bewahren. Und dann mal schauen, kann ich den Schädling selber entfernen? Falls das möglich ist, natürlich umgehend machen. Das System vom Netzwerk isolieren. Falls ich aber sehe, das geht nicht ganz so einfach, würde ich sehr schnell auf externe Hilfe zählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017